Wie ist es so schön, wenn man weiß, wie es geht, dann ist es immer einfach. Oh. Oh. Rude. Tja, die Kanone hat sich selbst zerstört. Ja, das war die Hero-Story. Es ging eigentlich recht fix jetzt, wo ich mit der... Ja, wahrscheinlich haben sie beide ungefähr gleich lang gedauert, nur haben es sich die Hero-Story für mich kürzer angefühlt. Ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, deutlich weniger Missionen, die mich wirklich aufgeregt haben, deutlich weniger Bosse, die mich wirklich aufgeregt haben. Und wo ich gesagt habe, ja, die Hero-Story ist deutlich einfacher und schneller zu spielen, aus meiner Sicht. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal ganz fix ein, zwei Vorbereitungen machen, bevor wir dann in die Last Mission gehen. Das heißt, in ein, zwei alte Missionen nochmal kurz reingehen, um dort ein paar Items zu holen. Ja, ich liebe die Musik von Sonic auch einfach. Das ist glaube ich auch so ein Grund, weshalb man eigentlich Sonic immer wieder spielen kann, etwa wegen der ganzen Musik, die da drin ist. ... ... ... ... ... ... ... I don't know that I can't be wrong It doesn't matter Now what happens I will never give up the fight Long as the voice inside drives me to run and fight Makes all your bets on the one you think is right Oh, it doesn't matter Now what happens I will never give up the fight Long as the voice inside drives me to run and fight It doesn't matter Who's wrong when he's right No, 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 no It doesn't matter Yeah, Sonic, jetzt schon wahrscheinlich ein paar mehr Erlegerchen Werd ich mal ein bisschen mal nachgucken, wie halt mittlerweile das Sonic Team und so existiert Ja, ich glaube jetzt kriegen wir nochmal einen kurzen Trailer für die Dark Story nochmal, glaube ich Und dann kommt jetzt die Last Story Jetzt kannst du eine Szene aus der Hero-Geschichte wählen Ja, 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 ja Wer jetzt gegen die Zeit, Boss-Levels aus der Hero-Geschichte Nein, Boss-Rush, nein Neu-Spieler-Zweikampf-Zonen auf Level 4 wurden frei gespielt Das ist schön Ach nee Ach nee Gut, wir werden aber kurz erstmal in die Level-Auswahl gehen Ähm Erstmal möchte ich hier kurz mit Tails in die Hidden Base, was ist das? Ne, Quatsch Haha, nee, ich wollte hier rein, in die Prison Lane Dort gehen wir mal kurz rein Jetzt wo wir Stahlcontainer zerstören sollten, könnten wir dort, glaube ich, noch einen Upgrade für uns finden Genau, warte mal Ja Achso, nee, hier finden wir erstmal nur einen Schau-Container, okay Aber hier können wir auch nochmal hoch So Dann kommen wir hier lang Achso, da ist ein Tier in der Röhre, okay Müssen wir uns doch ein bisschen weiter noch in das Level rein Ich hätte mich jetzt auch verwundert, wenn es direkt am Anfang des Levels gewesen wäre, was ich versucht hätte Gehen wir mal durch das Level ein bisschen durch, das kennen wir ja bereits Okay Okay Okay, wir wollen kurz hier hoch Das war hier nochmal Genau, ein großes Nichts Aber wir können ja hier rüber fliegen Was finden wir denn hier hinten? Eine komische Kameraperspektive und einen Ballon Mit einem Extra-Life, okay Ja, ich muss hier ziemlich genau nochmal durchschauen, weil niemand im Kopf weiß, was ich suche Also Ich meine, es ist wohl ziemlich obvious, dass ich nochmal ein paar Power-Ups suche Power-Ups, die für den eigentlichen Spielverlauf nicht notwendig sind, aber Ähm, ziemlich praktisch sind in der Last Mission Ich glaube, das ist ziemlich obvious mittlerweile gewesen So Warte mal, ich muss nochmal hier hoch, glaube ich So Kann ich da unten rein Das ist, glaube ich, nur absolut optional hier So So Oh Das war knapp Ja Ja Wir können auch Stahlcontainer mittlerweile zerstören, aber dann gibt es einen Hinweis Okay 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 Dann gehen wir hier hoch Dann ist es nämlich das, was ich suche, so ziemlich am Ende des Levels Okay 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 Trotzdem werde ich hier noch ein bisschen genauer alles durchschauen Toch, dass wir hier noch so alles tun können Da vorne ist das Teil für die mysteriöse Melodie. Und hier oben ist auch noch irgendwie was. Eigentlich weiß ich nicht, wie man dorthin kommt. Hier kommen wir da auch gleich noch hin. Hier kommen ganz offensichtlich sehr offensichtlich gleich noch mal dorthin. Oder? Noch mal runter? So. Kann die Kamera hier grad nicht drehen? So. Da haben wir nichts. Okay. Ei. So. So, ich guck mal mich durch. Hala. Umgucken. Dort haben wir nur ne Rakete. Okay, da brauche ich nicht unbedingt. Okay. Okay. So. Ich glaube, ich bin da auch schon einmal drauf eingefallen, oder? Ich meine mich nicht zu erinnern. So. Okay. 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 Jetzt hat es nochmal gewartet, wenn ich irgendwo hochgefahren bin. Achso, das war diese Sache mit dem Verstecken. Den habe ich, glaube ich, vorhin schon aus Versehen mitgenommen. Okay. 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 So, jetzt ist der Kette. Wie ihr seht, kriegen wir sogar auf dem Weg überhaupt keine Luft oder so. Deshalb wird das hier ziemlich knapp. So, jetzt ganz, ganz schnell hoch. Ganz, ganz schnell, ganz, 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 ganz. Aber das packen wir, das packen wir, das packen wir, das packen wir. So. Hallo, ich will das haben. So, Erneklais, eine Kette mit Sauerstoffzufuhr. Jetzt kannst du unter Wasser atmen. Das ist das, was ich haben wollte. So, und ich glaube, wenn wir jetzt hier rausgehen, Wir machen die Mission eben kurz zu Ende. Das dauert ja nicht lange. Immerhin, jetzt können wir unter Wasser nicht mehr ertrinken. Das ist ganz, ganz praktisch. Unglaublich praktisch. Also, wirklich sehr, sehr praktisch. Ihr werdet sehen, warum es praktisch ist und warum es in der Last Mission gerade so sinnvoll ist und brauchbar. Und die Last Mission deutlich vereinfacht. Also das Item ist wirklich das Wichtigste, was man in der Last Mission braucht. Die anderen sind so ein paar Extras, die ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist, boah. Also ich habe die Last Mission wochenlang ohne das Teil hier probiert. Das war fast nicht zu schaffen. Gut, Speedrunner kriegen das vielleicht hin, aber die sind ja nicht alle Speedrunner. Obwohl, ich habe keinen Bock jetzt die Endmills suchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das haben. Ich meine, ich kann ja mal kurz hier woanders reingehen mit Knuckles. So Pumpkin Hill oder so. Sammle 100 Ringe. So, gucken wir mal Knuckles an. Der hat seine... die... eine Glace. Also er hat das Teil. Ui. Machen wir doch eben die Mission hier mit 100 Ringe fertig. Also es gibt für jedes Level auch nochmal bis zu vier weitere Missionen neben der Standard Mission, die wir bereits alle gemacht haben, immer. So. Ich glaube, 100 Ringe sollten sich relativ fix zusammen befüllen lassen. Bisschen umgucken und so. Wui. 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 Dann muss ich auch mal eben abfliegen. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr als die Hälfte der Ringe zusammen. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte der Ringe. Ich kann nicht mehr als die Hälfte der Ringe sehen. Hier bin ich. Diese Ringe kann dich um die Hälfte zu holen. Du musst dich um die Hälfte zu holen und wir werden dich um die Hälfte zu holen. Du musst dich um die Hälfte zu holen und du kannst dich um die Hälfte zu holen. Ich weiß, dass du das hörst. Ich weiß, dass du das schaffst, aber nicht. So, jetzt haben wir noch 32 Ringe. Das war vielleicht nicht die beste Mission, in der ich das hätte machen können. Aber gut, das ist jetzt egal. Jetzt machen wir es zu Ende. Ach so, jetzt ist nur noch ein Geist. Ich dachte, das wäre hier wieder so ein Ring abgewiesen. Hm. Kann ich mal ihn zerstören, aber bringt ja nichts. Hier ist auch nichts hinterm. Hm. Wo können Ringe sein? Hier können noch ein paar sein. Ah, da sind noch welche. Es ist schwierig, hier 100 Ringe zusammenzukriegen. So. Einfach mal hier und dort ein bisschen buddeln. So, gehen wir mal noch diesen Wege hier ab. So, 20 noch. Die sollten doch auf den Wegen hier rumliegen oder nicht, denke doch. Ah, aber wir nähern uns unserem Ziel. Ah, da vorne ist noch ein Ballon. Oh, da vorne ist die Staaten! Und dann kannst du dich weg! Oh, da vorne ist das. Und jetzt ist es schwierig! Oh, da vorne ist das. Ja, da vorne ist es, das ist schwer. Ähm, Aqua-Halskette, die wir brauchen. So. Stage Select. Was brauchen wir noch? Ähm, Weapons Bed, Iron Gate. Ich glaube, das war die Mission hier. Auch Eggmans erste Mission. Ich glaube, auch hier kriegt man seinen Power-Up, welches wir brauchen. Ähm, nein, das war nicht das Richtige. Stage Select. Und was ist das? Iron Gate? Gelang zum Zentrum der Militär-Basis? Ja. Level 1 Security Door Breach. Emergency Foundation, Intercept Intruder. Level 2 Security Door Breach. Level 2 Security Door Breach. Ich achte jetzt ein bisschen gerade auf die Frontstimme. Die sagt ja dann so, Level 2 Security Door Breach. Das heißt, ja. Sicherheits-Tür Level 2 wurde schon durchbrochen sozusagen. Oder erreicht von mir. Und sobald ich mich nicht mehr erinnere, zumindest, haben wir in der ersten Mission noch keinen Power-Up bekommen. Und da in jeder Mission irgendwie einen Power-Up versteckt ist, so habe ich die Erfahrung gemacht irgendwie. Warte mal. Aha. Jeden Tag ist das doch, was ich gesucht habe. Laser Blaster, Lock-on-Raketen, Power-Up. So. Jetzt wäre ich beinahe dran vorbeigerannt. So. Und wie ihr seht, wir haben jetzt eine bessere, ähm, Raketen, die schneller sind und mehr Schaden und, ähm, AOE-Damage machen und sowas alles. Das habe ich mir die geholt. Und ähnliches haben wir für Tails auch geholt. Dadurch machen wir uns halt die Last Mission dann gleich deutlich einfacher. Kann ich denn hier? Ja, kann nicht, aber ich glaube, das war jetzt nicht so ganz schlau. Oh, okay, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Level 5, Secure-Door-Breach. Switch to Emergency Defense Mode. Lockdown, Final Secure-Door. Also, jetzt machen wir mal die maximale Sicherheitsstufe gegen mich, sozusagen. Gut. Eigentlich, dass wir eine Rakete haben. So, aber auch beim Goal Ring gibt es hier nichts mehr. Oh, nein, mein Gott. Josch! Josch! Ding! Uh, Arank! Jetzt weiß ich, warum ich die Beste bin! He, he, he.